moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in dem video möchte ich euch zeigen wie ihr bei vanguard multiplayer diese entwickler tags bekommen könnt und zwar ist das ganze sehr einfach ihr müsst dafür auf quartiere dann auf anpassungen clan tag auf eigen und dann bearbeiten leute dann schreibt ihr ein großes es ein großes ha ein großes g leerzeichen und punkt dann habt ihr den sledgehammer entwickler tag leute und es gibt jetzt noch zwei andere tags und zwar den raven dazu schreibt er einfach ein großes er ein großes v ein großes n leerzeichen punkt und ihr habt den raven tag und als allerletztes könnt ihr noch ein großes i und w machen leerzeichen punkt und ihr habt den roten iw tag so leute das war's mit dem kurzen video ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja ihr wisst bescheid leute liken abo dalassen glock aktiven um nichts mehr zu verpassen ansonsten ciao bis zum nächsten mal